Männer, seit Männern, Kollegen, Kollegen! Einmal gemeinsam, schnell nach hinten, schnell nach hinten, nach hinten! Und jetzt die Arme mal zeigen! Was bedeutet euch denn die Nominierung nach der Vorgeschichte auch? Was sie uns bedeutet, dasselbe, was sie für jeden anderen auch bedeutet, nur natürlich, dass wir die coolere Musik machen. Da muss man auch ganz glücklich sein. Ich glaube, die drei älter, brutaler Scoop-Blo-Sack ist das Motto immer in die Masse rein. Es werden immer wieder, also es geht hier wirklich immer schön Brust-Bizeps trainieren. Lass das Beintraining aus. Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist für immer. Also Leg Day nicht skippen. Hier, Skipp der Leg Day. Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Lauter solcher schönen Ereignisse, die wir damit verbinden. Können wir die Kritik nachvollziehen oder könnt ihr euch missverstanden? Ja, natürlich, diese Kritik, ich sag das auch immer. Ich hab ihnen das die ganze Woche gesagt. Hör mal Junge, mach doch noch mal vor dem Echo ein paar Bizeps-Girls. Aber der wollte nicht auf meine Kritik hören. Jetzt wirst du hier drauf angesprochen. Weiß ich selber. Kannst du die Kritik verstehen? Weiß ich selber. Ich verstehe die Kritik auch. Allerdings kann ich da selber nicht zurückgehen. Ich hab eben gesagt, Bruder, mach drei Klimmzüge. Jetzt zieht der Bizeps ohne Pumpen. Ich hab's dir gesagt. Jetzt musst du den Pulli anziehen, während ich hier mit dem T-Shirt. Ja, hast recht. Oder? Ich hab's dir so gut. Vielen Dank.